Mitten am Tag halten wir inne, Zeit auszuatmen und einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von den Bildern, auf die wir starren. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott, der unsichtbar bei uns ist. Möge Gott uns durch diese Zeit führen. Möge Gott uns unsere Augen für seine Fürsorge öffnen. Herzlich willkommen zum Mittagsgebet aus Wien. Mein Name ist Daniela Schwimberski. Ich bin Gefängnisseelsorgerin in Wien. Über vielen ist eben auch meine Arbeitsmöglichkeit ziemlich eingeschränkt. Gottesdienste und das Treffen in Gruppen ist in den Anstalten momentan nicht möglich und es ist alles abgesagt. Auch Besuche von Angehörigen sind momentan ja völlig ausgesetzt. In manchen Häusern darf ich nicht einmal als Seelsorgerin hinein. In einem Haus aber darf ich als Seelsorgerin noch Einzelgespräche führen mit Maske und Abstand, draußen eben wie drinnen. So freue ich mich aber ganz besonders, heute mit Ihnen das Mittagsgebet feiern zu dürfen und wir feiern im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete mit Worten des 116. Psalms in der Einheitsübersetzung. Ich liebe den Herrn, denn er hört meine Stimme, mein Flehen um Gnade. Er hat sein Ohr mir zugeneigt. Alle meine Tage will ich zu ihm rufen. Mich umfingen Fesseln des Todes. Bedrängnisse der Unterwelt haben mich getroffen. Bedrängnis und Kummer treffen mich. Ich rief den Namen des Herrn. Ach, Herr, rette mein Leben. Gnädig ist der Herr und gerecht. Unser Gott erbarmt sich. Arglose behütet der Herr. Ich war schwach. Er hat mich gerettet. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Ja, du hast mein Leben dem Tod entrissen, mein Auge den Tränen, meinen Fuß dem Straucheln. So gehe ich meinen Weg vor dem Herrn im Lande der Lebenden. Den Becher des Heils will ich erheben. Ausrufen will ich den Namen des Herrn. Löwen sind gefährlich. Vor allem, wenn man ungeschützt und unbewaffnet eine ganze Nacht in einer Grube mit ihnen verbringen muss, da sind die Überlebenschancen eher gleich null. Die Geschichte von Daniel in der Löwengrube ist aber eine schöne Geschichte. Schön aber auch nur, weil wir wissen, wie sie ausgeht. So heißt es in der Bibel, sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm. Aug in Aug mit den Löwen eine ganze lange dunkle Nacht. Wie heißen ihre Löwen? Einsamkeit für die einen? Kinder, die nicht zu bändigen sind für die anderen? Geldsorgen oder Gewalt in der Familie? Oder wird es vielleicht irgendwann heißen, naja, du hast ja nur die Corona-Matura? Und mancher ein Löwe heißt wahrscheinlich Arbeitslosigkeit. Ich starre auf meine Löwen, die mich übermächtig bedrohen in dieser so merkwürdigen Zeit. In weiter Ferne, da brüllt noch ein anderes Rudel. Sie sind weit weg. Der Löwe Klimawandel, Krieg und Flucht, Hunger oder der Löwe Trockenheit. Es ist schwer, auch diese Löwen noch im Blick zu behalten. Aber Löwen sind gefährlich, auch wenn ich sie gerade nicht sehe oder sie irgendwie zu schlafen scheinen. Wie aber kann es nun sein, dass Daniel die Nacht ganz unbeschadet übersteht? Man fand keine Verletzung an ihm, denn er hat seinem Gott vertraut, sagt die Bibel. In dieser Nacht ist Daniel nicht allein. Gott sandte seinen Engel, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, erzählt er am Morgen, als er aus der Grube gezogen wird. Ich vertraue darauf, dass Gott auch heute seine Engel noch ausschickt in unsere Löwen, Gruben hinein, starke, mächtige, mutige Engel. Und ich vertraue darauf, dass dieser Engel meinen Löwen den Rachen zuhält, die ganze lange Nacht. Ich bin nicht allein und der neue Morgen naht. Amen. Betet mit mir. Manche Nacht ist dunkel und lang, guter Gott. Bilder und Stimmen machen uns Angst. Mach uns mutig, den Löwen unseres Lebens zu begegnen. Mach uns stark, anderen zu helfen, die die Schrecken der Nacht nicht alleine ertragen. Mach uns mutig, über Veränderungen nachzudenken und Schritte zu setzen zu mehr Frieden, Gerechtigkeit und zur Bewahrung deiner Schöpfung. Mach uns stark im Glauben, dass der neue Morgen kommt und die Welt in ganz neuem Glanz erstrahlt. Und gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir auch sind, wohin unsere Gedanken auch gehen, wir wissen, wo unsere Mitte ist. Bei Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat. Bei Gott, dem Sohn, der uns begleitet. Bei Gott, dem Heiligen Geist, der uns Mut macht. So empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020